Wunderschöne Tageszeit meine Freunde, ihr wisst ja, es ist ganz ganz wichtig informiert zu sein und hier auf dem Kanal ist das ganz easy, entspannt euch, guckt mal zu, ich zeige euch einfach die neuesten Sachen und ihr seid dann einfach auf dem neuesten Stand. Wir fangen mal mit größeren Sachen an. Als erstes habe ich für euch eine Combo, das ist eine 2 in 1 Flasche, ist einmal ein Feinsprüher, also ihr könnt das hier so aus der Packung nehmen und als Feinsprüher nutzen, 2 Liter Inhalt, also eine super geile ergonomisch geformte Flasche, die nutze ich fast immer jetzt bei mir im Einsatz. Und man kann das umbauen, den Schlauch ändern und hier die neue Düse dran schrauben, dann habt ihr einen Schaumsprüher, also 2 in 1 und dazu gibt es nochmal extra ein Video, wo ich dann ganz genau zeige, wie die Flasche funktioniert, wie die aussieht, wie die gemacht ist und so weiter. Die ist so durchsichtig, man kann die Flüssigkeiten drin sehen, also eine super geile Sache und wahrscheinlich kurzzeitig ausverkauft, weil ich ein bisschen zu wenig eingeplant habe, war mein Fehler, aber die ist schon nachbestellt, da kommt also auf jeden Fall, bleibt am Ball, guckt euch mal den Link an. Und das krasse ist, das Video zu der Flasche, das heißt dann irgendwie 2, warum 2 Flaschen kaufen anstatt 1 Flasche, weil die ja 2 Funktionen hat und die könnt ihr umbauen und die Leute bestellen trotzdem 2, deswegen ausverkauft. Also guckt nochmal nach, lasst uns nochmal bei Sam bleiben und zwar habe ich hier für euch Düfte in 500ml Aerosol Dosen. So sehen die aus, mit nochmal einer extra Kappe und das sind 500ml Aerosol Sherry Lemon Signature, das ist so ein süßerer, holziger Duft. Das hier Sherry, das riecht nicht wie Sherry Blüte, sondern eher so wie Sherry Kaugummi wahrscheinlich. So ein bisschen Sherry Kaugummi mäßig, ganz cool. Sandalwood, das ist dann Sandelholz und bei diesen Dosen, da müsst ihr wirklich mit der Dosierung gucken. Ich sprühe das jetzt einmal, das ist wirklich sehr, sehr intensiv. Also ihr sprüht das einfach, hier ist eine Aerosoldose, ihr sprüht das einfach in den Teppich. So, wenn ich jetzt ganz, ganz ein bisschen drauf drücke, also das ist schon richtig unter Druck und das ist richtig intensiv. Also das ballert schon. Sandalduft, das ist hier so in England sehr, sehr beliebt. Das riecht so wie, wenn ihr in England seid, wenn ihr zu einem Barbershop geht, das ist so ein, das haben die wahrscheinlich dann überall da, so einen Duft. Bei uns wahrscheinlich, schätze ich mal, Sherry und dann Signature, schätze ich mal, das sind so die Top-Dinger. Also eine richtig volle Kanone, 500 Milliliter, also ein halber Liter Duft, reicht euch für eine Ewigkeit und das ist sehr, sehr intensiv. Also wenn ihr das testet, erstmal so einmal reinsprühen und dann erstmal gucken, wie das wirkt und dann könnt ihr euch das nochmal dosieren, dann passend. Also riesengroße Dosen. Dann haben wir noch das Clay Mit, das ist ein Knethandschuh von Sam, das wurde überarbeitet, das ist nicht neu, das hatten die schon. Eine Seite ist Mikrofaser und andere Seite ist so eine Knetmasse, die dann auf dem Handschuh aufgetragen ist. Was das Neue ist, die war in der alten Version, weil die durchgehend und in der neuen Version sind da Löcher drin. Das ist dann ein bisschen verbessert, weil dann die Partikel, die ihr dann ablöst von der Oberfläche, die rutschen quasi in diese Löcher und dann ist das Ding noch safer. Dann scheuert das nicht über die Oberfläche, wenn es halt irgendwo dann oben kleben bleibt. Also das sind dann extra Löcher drin. Und dann haben die hier noch das Logo entfernt hier. Das ist natürlich für Sam ganz bitter, der ballert überall sein Sam-Logo drin. Aber einige haben angefragt, die wollen die volle Breite hier nutzen und das Logo störte dann. Es musste weichen und Sam hat gesagt, okay, wenn sie die Leute wollen, dann okay, dann hat er das Logo hier entfernt. Ihr könnt hier ganz normal wie so ein Mikrofaser-Applikator halt nutzen. Also eine Seite Clay mit. Nutze ich auch oft, also bei den Autos, wo ich jetzt ganz, ganz schnell kneten will. Also zerballerte Fahrzeuge oder so, ich muss sowieso polieren, da ist sowieso alles zerkratzt und so weiter. Da gehe ich mit dem Handschuh durch, weil das hier ist extrem schnell. Ein Fahrzeug kriegt hier das echt wirklich unter 5 Minuten. Dann haben wir noch Sam Microfiber Applicator. Das ist ein Doppelpack. Das sind zwei Mikrofaser-Applikatoren, so ganz, ganz schmale und dünne Applikatoren. Wem die dicken Blocks zu groß sind, dann sind die Sachen so ganz handlich. Haben wir mal bei seinem RWB genutzt, um Glaze aufzutragen oder beziehungsweise auf der Oberfläche zu verteilen. Für Wachse, für Keramikversiegelung und so weiter. Also ganz, ganz kleine Pads. Zwei Stück in einer Packung. Die sind noch neu dazugekommen. Und dann haben wir noch ein Upgrade von dem Tuch, von dem Glastuch. Die sind ja nochmal vakuumversiegelt. Und da ist eine neue Oberfläche bei dem Glastuch. Wir nennen das Diamond Cut, also Diamond Webung. Das sind so Diamantenformen. Und die sind, finde ich, ganz geil. Also die sind wirklich streifenfrei. Absolut streifenfrei. Bleiben keine Fusseln. Bleibt gar nichts. Das ist ein Upgrade. Also das Glastuch war auch da, aber das ist jetzt ein Upgrade. Alle neuen Tüchen, die geliefert werden, sind jetzt so. Und die Bilder sind jetzt auch nochmal neu. Dann habe ich, dann würde ich gerne zu Monello wahrscheinlich springen, weil hier die Tasche rumliegt. Monello macht ein Redesign. Die Taschen, Cubo, Cubo XL und so weiter. Alle möglichen Taschen sind jetzt wieder lieferbar. Wir haben die alten, wurden ja abverkauft. So, und die neuen, die haben eine neue Farbe bekommen. Das ist so jetzt, ja, dunkles, dunkles, bläuliches Grün, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie ich die Farbe irgendwie benennen kann. Die Taschen sind gleich, aber hier ist das Logo neu. Monello hat jetzt ein Redesign, neues Logo. Die italienische Flagge ist jetzt nicht wie so eine Flagge, sondern in so einem, so moderner halt. Und Monello ist jetzt dünner und klarer. Das ist jetzt ein bisschen fresher alles. So, die Aufhänger sind auch jetzt neu. Mit dem Logo. Die Taschen sind qualitativ sehr, sehr hochwertig. Also wirklich sehr, sehr dicke Qualität. Sehr gut. Die laufen sehr gut. Wir haben nie irgendwelche Beschwerden gehabt wegen der Tasche, dass irgendwas abgerissen ist oder so. Das ist also qualitativ sehr hochwertig gemacht. Die Griffe hier zum Beispiel, die sind hier angenäht, aber die gehen hier noch weiter. Also die gehen hier komplett weiter. Unten drunter gehen die hier durch. Also das ist jetzt nicht so, sage ich mal, günstig irgendwie hingegenäht, sondern das ist schon alles durchdacht. Und die sind schon auch durchgetestet, die Taschen. Mehrfach. Könnt ihr nochmal die Bilder nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwie so kurze Videos machen. Extra nochmal für die Taschen, damit man so ein Gefühl bekommt, was da so alles reinkommt. Wir nehmen jetzt mal hier so eine Flasche von Sonax. Das ist eine 750ml und die geht in die Cubo locker rein. Aber wir müssen nochmal die Maße gucken. Also neues Design. Alle Taschen, die ihr jetzt von uns bekommt, die sind in dem neuen Design mit dem neuen Logo. So, Monello haben wir noch ein bisschen mehr. Und zwar haben wir auch nochmal Pinsel von Monello neu. Warte, ich packe mal eben aus. Die gibt es in drei verschiedenen Größen. Das ist jetzt nur so die dicken, die zum Zeigen halten. Und die heißen quasi nach den Farben. Die Griffe sind gleich, aber nicht anders gefärbt. Die heißen dann auch so, das ist dann Monello Rosso, Rot, Monello Verde Grün und Monello Bianco Weiß. Und die haben auch alle unterschiedliche Borsten. Das sind hier so ein Gemisch-Natur-Borsten, wie man die kennt. Das sind hier die Ultra Soft-Borsten. Das sind die Kosmetik-Borsten. Und das hier sind synthetische Borsten, die so ein bisschen angeätzt sind. Die sind bekannt. Aber das Coole, was ich so finde, das sind die verschiedenen Farben von den Griffen. Was natürlich auch Mehrkosten verursacht, wenn ihr überlegt. Also wenn ich jetzt die Griffe bestelle und ich sage, die und die Farbe, dann muss man ja schon, um zu färben, muss man ja eine gewisse Anzahl produzieren. Wenn ich die in verschiedenen drei Farben haben möchte, umso entsprechend teurer ist das. Aber dann ist das, ja, das ist auch ansprechend halt. Und das ist auch halt, wenn ihr das seht, grün, rot und weiß, findet sich dann wieder im Logo. Das ist die italienische Flagge. Hier noch das alte Design. Aber das findet ihr auch in einem Logo wieder. Die drei verschiedenen Farben, in drei verschiedenen Größen, jeweils in drei verschiedenen Größen. Verlinke ich euch unten, könnt ihr euch nochmal angucken. Qualitativ sehr gut gemacht, muss ich sagen. Da ist gar nichts. Die Griffe sind gummiert. Die ist alles super gut verklebt. Also ich will hier die Kanten angucken. Ist alles toll verklebt. Die Borsten sind sehr fest drin. Sehr gut verklebt. Da fliegt nichts raus. Also es ist wirklich gute Qualität. Dann bleiben wir noch bei Monello. Und wir haben hier High-Performance-Kakia. Auch neues Logo, neue Verpackung. Das ist die Monello-Knete. 250 Gramm. Das ist die größte Knete, die wir haben. Also die dickste in einer Packung. Und die ist in weiß. Und die sieht dann so aus. Flo schwört auf die Knete. Die beste Knete ever. Und es gibt extra solche Einlagen, damit das Ganze hier nicht verklebt. Und dann habt ihr 250. Der Preis ist wirklich gut. Ist unter 20 Euro. Aber ihr habt dann 250 Gramm Knete. Und die Box alleine. Die ist echt super geil. Also dicker Kunststoff zum Aufbewahren. Und man kann auch bestimmt, wenn ihr die Knete da weggeschmissen habt, könnt ihr die Box behalten. Und andere Sachen aufbewahren. Locker. Also wirklich super geil. Unter 20 Euro. Also auch vom Preis her sehr, sehr günstig. Dann habe ich noch von Monello was. Und zwar Monello Luce. Das ist die Lackkontrollleuchte von Monello. Also ich weiß nicht, sollten wir nochmal vielleicht ein Video machen im Vergleich zu der ScamGrip Lampe. Das ist ja die ScamGrip Sunmage. Und das ist die Luce. Und der Preisunterschied ist schon heftig. Die Lampe kostet unter 40 Euro. Brutto unter 40 Euro. 500 Lumen. Und von der Bauart ähnlich wie die ScamGrip. Natürlich andere LED und so weiter. Und hat auch hier ein Spotlight. Also ich finde, die leidet auch. Also alle Konstrukteure von diesen Handlampen, die leiden unter so einer Feature-Krankheit. Also die bauen ja irgendwelche Features ein, wo keiner nachfragt. Und suchen dann irgendein Problem, um das jetzt irgendwie mit diesem Feature zu lösen. Die haben beide so ein Spotlight. Also sowohl die ScamGrip wie auch die haben so ein Spotlight. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, wer die Lampen hat. Habt ihr je dieses Spotlight genutzt? Also hier vorne. Das sind 100 Lumen Spotlights. Also ich weiß nicht, wozu die das gemacht haben. Dann hat man hier so eine Taschenlampe. Also beide. Also ich will jetzt nicht auf Monello eindreschen. Aber beide haben hier so ein Spotlight. Eine völlig sinnlose Funktion. Also meiner Meinung nach. Ich nutze das nie. Und wenn man die Lampe anmacht, geht erst Spotlight. Also das stört mich eher. So. Die hat noch eine geilere Funktion. Also 500 Lumen. Ganz normal. So eine Arbeitsleuchte. Ich zeige dir noch mal im Video wahrscheinlich dann. Hier mit Magneten und so weiter. Aber wenn man jetzt weiterschaltet, hat hier noch so ein rotes Licht. Und das rote Licht kann man nochmal blinkend einmachen. Ja. Ich habe nochmal nachgeguckt, wozu das gut sein kann. Ich habe schon gedacht, so bin ich jetzt doof oder was. Vielleicht beim Polieren irgendwas, was ich nicht weiß. Man poliert, checkt und dann macht man das rote Licht an. Und da kommt jetzt irgendwas zu Tage. Nee. Das ist jetzt gedacht worden. Wenn ihr mal so einen Unfall habt zum Beispiel. Dann könnt ihr die Lampe so aufs Dach stellen. Und dann blinkt die rote Lampe. Also auch so ein Feature. Naja. Gut. Gucken wir uns nochmal an. Ganz genau. Aber das Licht ist gut. Guckt euch mal das Licht an. Das ist schön hell. Und dann habt ihr ein rundes Licht. Hier ist ein bisschen Reflektion und so weiter. Aber genau passend für Leute zum Beispiel, die privat was machen. Nebenbei was machen. Oder einfach mal so eine Lackkontrollleuchte haben möchten. Aber sagen sich, ey, das ist hier too much. Über 100 Euro ist too much. Professional brauche ich alles nicht. Ich brauche einfach nur ein Licht, um zu gucken, um zu checken. Die funktioniert wirklich super gut. Unter 40 Euro verlinke ich euch. Monello Luce. Luce heißt übrigens das Licht auf Italienisch. So, dann habe ich noch zwei Hersteller mit jeweils nur einem Produkt, was neu dazu gekommen ist. Einmal Labo Cosmetica HPC. HPC, die Versiegelung von Labo Cosmetica. Zwei Jahre Standzeit bis 30.000 Kilometer, wenn man jetzt entsprechend das Fahrzeug pflegt. Deep Gloss und so weiter. Chemie resistent. Ja, super glänzt. Easy to use. Self-Cleanning effect. So, chemical resistance. Das sind so die Highlights bei der Versiegelung. Und die ist 30 ml und kostet unter 70 Euro. Vom Preis her wirklich sehr attraktiv. Sollten sich die Leute nochmal angucken. Also, da gibt es in verschiedenen Gebinden. Und 30 und 50 ml. Das ist hier die 30 ml Version unter 70 Euro. Finde ich wirklich ein super guter Preis. Dann habe ich noch Sonax mit aktuell nur einem Produkt, weil alles ausverkauft ist aktuell. Ich habe noch die stellvertretende hier Trockenwäsche da. Ist neu. Für 24 gekommen. Also, waschen ohne Wasser. Ihr kennt das. Das ist halt draufsprühen. Und wenn das Fahrzeug leicht verschmutzt ist, kann man also das trocken waschen. Bin ich ganz ehrlich, so allgemein Trockenwäsche bin ich jetzt kein Fan von. Also, es gibt ja irgendwie zwei Lager, die einen sagen, oh ja, super geil. Ich mache das immer. Das ist super toll. Und die anderen eher nicht, weil ich habe Waschhalle. Also, Wasser haben wir echt genug hier. Bei uns im Norden. Also, es tritt alles über die Ufer. Wir haben eher zu viel Wasser. Und ich habe jetzt, ich glaube, seit zwei Monaten mal keinen einzigen Tag ohne Regen erlebt. Also, wir haben hier extrem viel Wasser. Nicht bei uns. Aber wenn es jetzt Regionen sind, die jetzt wirklich trocken sind oder im Sommer, wenn es jetzt verboten ist, irgendwie zu waschen, dann kann man das sicherlich nutzen. Ich warte dann einfach ab und wasche mein Fahrzeug einfach mit Wasser. Ich bin eher so klassisch veranlagt. Aber, also, Trockenwäsche stellvertretend für die neuen Produkte. Ich werde nochmal den Christoph herbekommen, wenn er das guckt. Schöne Grüße, Christoph. Dann, dass wir dann halt die neuen Produkte mal abdrehen. Mit ihm, das war ein cooles Video. Deswegen würde ich das gerne nochmal wiederholen. Mit ihm zusammen. Also, stellvertretend Trockenwäsche. Aber da gibt es noch einige Sachen von Sonax und die kommen dann nochmal. So, dann kommen wir zu APS. Wir haben auch einige neue Produkte, die wir gelauncht haben, aber die ich so jetzt auf YouTube nicht gezeigt habe. Die möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar fangen wir mit dem kleinsten an, glaube ich. Wir nehmen das kleinste mal. Und zwar die Gehörschutz, also Gehörschutz, Arbeitsschutz, ganz wichtig. Wir haben die Schutzbrillen von APS und jetzt kommen noch die Ohren dazu. Das ist ein 12er Pack. Da habt ihr einfach die Stöpsel für die Ohren mit so einem Container. Und zwar habt ihr da eine Tüte mit 12 Ohrstöpseln und einem so einem Transportcontainer. Die jeder hat quasi in der Tasche. Übrigens muss ich mal zeigen. Hier bei mir in der Tasche. Zack. Ich habe immer welche da, weil es mich ankotzt, wenn ich da irgendwo bin und dann auf einmal wird es laut und ich habe keinen Gehörschutz. Und die gibt es in verschiedenen Farben. Das heißt, wenn ihr das irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt Alex hier, ich gebe dir mal die gelben. Und dann blau und die anderen behalte ich dann selber. Und dann kann man das nach Farben nicht, dass ihr jetzt gegenseitig euch da was in die Ohren steckt und ohne zu wissen, wo die vorher drin waren. Und dann gibt es so einen Kunststoffcontainer in der Tasche. Super gut. Alles zusammen. Zwölber Pack. Gehörschutz von APS. Nice Box auch übrigens. Habe ich gemacht. Schön. Dann haben wir ein Zubehörteil von APS. Und zwar haben wir das Jet Drying Nuzzel. Und zwar ist das Trocknungsdüse. Eine Trocknungsdüse, eine Detailung-Trocknungsdüse für den Blower, für den Akkublower von Flex. Der wird einfach hier aufgesteckt, eingedreht und dann sitzt das Ganze fest. Und dann habt ihr quasi, also anstatt runde Düse oder halt so eine kleine runde Düse, habt ihr dann eine flache Düse. Ja, hier ist einfach nochmal drauf gedruckt, wie man das, ja, wie man das einsetzt. Einfach umdrehen und dann ist das sehr fest dran. Und dann habt ihr hier so eine Düse, eine flache Düse, perfekt zum Trocknen von Fahrzeugen. Weil es halt halt wie so ein Fächer ist und dann könnt ihr wie so ein Fächer das Wasser einfach nur wegschieben. Und es gibt von Flex extra so nochmal ein Set, aber im Set sind mehrere Teile enthalten. Und wer sagt, ich brauche die ganzen Teile nicht, ich möchte gerne nur diese flache Düse haben, gibt es von APS einzeln nochmal diese Düse. Dann haben wir noch den Stripe Diffusor. Den habe ich mal kurz in der Entwicklung nochmal gezeigt beim PS Days. Der ist ready to use, also der ist komplett fertig. Das war so ein Ding, das ist mir so spontan eingefallen und dann immer weiterentwickelt, bis es dann fertig war. Und ich habe gedacht, wir setzen das echt wirklich schnell um, weil es ganz einfach ist von dem Aufbau. Aber hat sich dann anders herausgestellt. Also da mussten wir mehrere Versuche starten und hat immer noch nicht geklappt. Und jetzt ist das perfekt, so wie ich es haben wollte. Und zwar ist das ein Diffusor, Stripe Diffusor für die Multimatch R. Es gibt jetzt mittlerweile einen Diffusor von ScanGrip, der hier aufgesetzt wird mit Magneten und so weiter. Ich glaube M heißt das Medium. Oder S, ne Medium glaube ich. Medium, der wird hier aufgesetzt und dann habt ihr hier so einen Diffusor. Und dann hatte ich aber andere Ideen, ich wollte gerne einen, den man komplett über die ganze Lampe schiebt. Und dann hat das drei Funktionen insgesamt. Es sieht sehr einfach aus, ist aber sehr, sehr komplizierte Idee gewesen, die ich da umgesetzt habe. Und zwar haben wir einmal den Diffusor, den ganz normalen Diffusor. Wenn ich jetzt die Lampe anmache, habe ich diffuses Licht. Damit checke ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Keramik aufgetragen habe, Highspots und so weiter, ob ich da nicht irgendwas vergessen habe. Sieht man dann sofort die ganzen Schmieren und das kann man dann eliminieren damit. Und dann habe ich hier Streifen hinzugefügt auf diesen Diffusor. Diese Streifen spiegeln sich im Lack wieder. Das hat den Vorteil, dass wir erstens zwei Sachen sehen können. Entweder beulen, ist da jetzt im Lack eine Beule drin, dann verbiegen sich einfach die Streifen. Und dann seht ihr sofort, okay, da ist irgendwas. Man kann es dann halt mit einem Stift markieren und dann habt ihr eine Beule. Das ist natürlich jetzt super gut für die Leute, die jetzt ausbeulen. Die können dann sofort gucken, ah, hier Beule, da Beule und so weiter. Markieren und fertig. Die Streifen haben aber auch noch eine zweite Funktion fürs Detailing. Und zwar Orangenhaut entfernen. Wenn ihr diese Orangenhaut in dem Lack sehen wollt. Guckt jetzt ganz genau auf diesen Rand hier. Je kriseliger das ist, umso mehr Orangenhaut ist da. Also wenn ich jetzt hin und her bewege, dann seht ihr das, dass es so kriselig ist. Die Ränder von den Streifen. So, um die Orangenhaut jetzt wegzubekommen, da sind ja so Huckel auf dem Lack. Die muss ich dann anschleifen und danach polieren. Und mit dem Gadget kann ich das nochmal checken, wie weit ich bin. Ob das jetzt spiegelt, richtig spiegelt oder nicht. Und wenn ihr die Fahrzeuge seht, wo sich im Lack zum Beispiel bei schwarzen Falze, wie im Spiegel alles spiegelt, die Fahrzeuge sind geschliffen. Das ist Orangenhaut, die wurde abgetragen und dann wurden die nochmal poliert. Und das ist immer so ein bisschen anstrengend, das zu machen und aufwendig. Und das hier hilft wirklich ungemein. Ihr könnt sofort checken, wo noch was ist. Anschleifen, aufpolieren, nochmal checken. Und dann hat man diesen kompletten, durchgeknallten Glanz. Also das sind so Dinger, die so angeleckt sind. Diese Fahrzeuge, wo da Lack, da denkst du, das wäre so ein Bonbon oder was. So, das ist hier unser Stripe Diffusor. Ganz neu. Von APS. Fertig zum Einsatz. Unten verlinkt. Könnt ihr euch nochmal angucken. So, dann haben wir noch Merch von APS. Ich habe jetzt hier ein Hoodie mit APS hier in der Mitte. Das Logo ist hier oben in der Mitte. Und das Hoodie haben wir neu. Das haben schon viele gefragt, weil ich das bei Insta immer anhabe. Und ich habe es für den Sommer. Die gibt es hier in verschiedenen Größen. Das hier ist Hoodie in S. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Auch mit demselben Design. Ja, halt sehr, sehr leichte Baumwolle. So ein bisschen Stretch. Und dann haben wir hier auch nochmal APS. Das ist nicht aufgedruckt oder aufgeklebt, sondern das ist alles gestickt bei beiden. Also bei T-Shirt und bei dem Hoodie. Beides in schwarz, in verschiedenen Größen. Das sind jeweils S, M, L, XL, XXL. Unten beides verlinkt. So, dann haben wir noch Surfaces mit einer Reihe neuer Produkte, die ich nicht alle da habe. Aber ich zeige euch mal die neuesten Sachen. Einmal starten wir mal mit den Polituren. Ultrafein, Medium Cut, Heavy Cut, Brick Cut und die Fein. Fünf neue Polituren, also komplett neue Rezeptur von Surfaces. Einmal in fünf gesplittet. Vorher hatten die drei verschiedene. Jetzt haben die das nochmal feiner aufgesplittet. Und die superfeinen Polituren, also wirklich ultrafein nutze ich auch bei... Das zieht so ein bisschen Staub an. Die Flaschen sind so elektrostatisch geladen. Ultrafein nutze ich immer bei schwarzen Fahrzeugen. Uni-Schwarz, supergeile Sache. Dann gibt es halt die Abstufung Medium Cut, Heavy Cut. Und dann gibt es noch die Pre-Cut. Und die Einstufung geht jetzt nicht von 0 bis 10, sondern bis 12. Weil wir wegen dem Pre-Cut das Ganze nochmal erweitert haben. Also Cut 12, Gloss 4. Und der Name, also das finde ich richtig geil, ey. Das ist also wirklich... Wenn man jetzt den Namen aussucht für die Produkte und so. Das gibt schon alles, was... Also auf der Welt, die Heavy Cut und so weiter, hat ja schon jeder. Und was macht man, wenn man so eine Heavy Cut Politur gemacht hat? Und dann gibt es nochmal so eine Vorstufe. Und Pre-Cut, ey, den Namen finde ich supergeil, ne? Pre-Cut, das sagt einfach alles. Da brauchst du jetzt nicht erklären. Ja, dies, das und so weiter. Gibt es auch so Pre-Wash, ne? Und das hier ist wirklich genial. Also Surfaces, wer das ausgedacht hat, ist echt ein geiler Typ. Pre-Cut, oder vielleicht ist das auch eine Sie. Pre-Cut, ja, das ist schon heftig, ne? Müsst ihr mal ausprobieren. Also wer Cut haben will, besonders auf Excenter, fehlt ja immer Cut. Da sollte das hier ausprobieren. Also wirklich supergeile Politur. Also wie gesagt, jetzt nochmal in 5. Und dann nochmal die Kappen haben die dann jeweils eingefärbt nach verschiedenen Farben. Und dann könnt ihr das schnell erkennen. Denn auch wenn die Flaschen zum Beispiel in der Tasche sind oder liegend gelagert werden, dann seht ihr sofort an der Kappe, welche Politur das ist. Auch ein Vorteil. Jetzt neu. Gibt es natürlich auch in der Literflasche. Das sind hier die 250ml Versionen. Unten alles verlinkt. Dann gehen wir auf Weiter. Und zwar haben die noch ein bisschen Chemie erweitert. Wir haben einmal das Hydro Ceramic Shampoo. Das ist ein Shampoo mit einem Versiegelungseffekt. Also ein Liter Shampoo mit einem Versiegelungseffekt. Da könnt ihr einfach in den Eimer Handwäsche 20 bis 35ml auf 5 Liter in den Eimer auflösen. Und dann einfach das Fahrzeug waschen gleitet. Schäumt aber weniger. Also nicht jetzt wundern, weil alle Shampoos, die eine Versiegelung enthalten, die schäumen weniger. Weil diese Versiegelungschemie killt halt die Schäumungschemie, sag ich mal so. Also der Inhaltsstoff, der für die Versiegelung sorgt, der killt einfach diesen Inhaltsstoff, der einfach dafür sorgt, dass es sich aufschäumt. Deswegen alle Shampoos, die jetzt mit einer Versiegelung drin haben, habe ich noch keins gesehen, was so schäumt wie ohne Versiegelung. Es schäumt zwar am Anfang, aber das fällt relativ stark ab. Nicht wundern. Das muss auch nicht sein. Also der Schaum bringt so erstmal nichts, außer Show. Aber einmal der Versiegelungsschampo mit einer Dosierkappe drin. Die haben sich jetzt einfach nur die teuren Flaschen genommen mit einer Dosierkappe. Ihr drückt einfach hier drauf und dann wird das halt in die Dosierkappe reingepumpt. Und dann könnt ihr es quasi in den Eimer kippen. Das läuft nicht nach. Also das ist inklusive, inkludierte Dosierkappe bis 60 Milliliter. Supergeil. Die sind relativ teuer, die Flaschen. So eine gleiche Flasche nutzen wir auch für unseren Microfiber Wash, für das Waschmittel. Und ich habe die auch schon mal bei anderen gesehen. Relativ teuer, aber ein Vorteil, ihr braucht keinen Dosierer mehr. Dann haben wir nochmal so eine Dosierflasche, Hydroceramic Foam. Das ist quasi dasselbe, nur wie ist hier die Konzentration in der Foam Gun? 1 zu 5 oder 1 zu 15 Konzentrat in einem Handpumpgerät 2 bis 5 Prozent. Ja, das ist jetzt hier so eine, das ist quasi dasselbe. Das ist quasi nur als Snowfoam-Version. Also ihr füllt das in den Pumpsprayer und dann spürtet ihr das Fahrzeug ein. Und dann könnt ihr das abspritzen mit einem Kärcher oder mit einem anderen Hochdruckreiniger. Und dann habt ihr das Fahrzeug quasi automatisch schon beim Snowfoam versiegelt. Man kann die Sachen auch kombinieren natürlich, klar. Mit diesem hier anfangen und dann nochmal das Fahrzeug mit diesem hier nochmal waschen. Und wer noch jetzt die Dröhlung haben will, gibt es noch das Hydroceramic Wetcoat. Man kann die alle einzeln benutzen, man kann die aber auch alles kombinieren. Hydroceramic Wetcoat ist eine Sprüh-Nass-Versiegelung. Das ist jetzt die neueste Version. Die hatten schon mal so eine Wetcoat-Versiegelung. Die gibt es noch auch im Shop bei uns. Das ist hier die Hydroceramic Wetcoat. Jetzt aktuell ist alles voll mit Ceramic. Wir sind ja auch so im Ceramic-Trip und seid ja selber schuld. Ihr sucht ja das Ceramic. Also ihr kriegt ja auch Ceramic Wetcoat. Sprüht das einfach drauf. Das ist die leichteste Versiegelung, die man so haben kann. Eine Sprüh-Nass-Versiegelung. Besonders jetzt im Winter, wenn es kalt ist. Und ich habe da keinen Bock jetzt irgendwo im Nassen lange zu sitzen und das Fahrzeug zu waschen, zu versiegeln. Einfach draufsprühen. 20 Sekunden warten und dann einfach mit einem Hochdruckreiniger wieder abspritzen. Abspritzen und dann ist das Fahrzeug auch schon versiegelt. So. Dann haben wir noch ein Shampoo. Also es sind ganz viele Shampoos hier. Ganz Shampoo Plus. Das ist so pH-Wert hat das 9. Das ist im alkalischen Bereich. Das ist ein bisschen kräftiger. Also das Plus steht für ein bisschen mehr Reinigungsleistung im alkalischen Bereich. Shampoo Plus ist alkalisch. Und es gibt noch ein Sour Soap and Foam. Das ist eine Kombination aus Snow Foam und Shampoo. Und das ist dann Sour. Also das ist alkalisch und das ist hier Sour. pH-Wert hier 3,4, 3,8. Also diese Komma-Werte mit dem pH-Wert, das kann natürlich schwanken je nach Temperatur und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig zu halten. Aber im sauren Bereich sagen wir mal 3,5. Und das hier ist pH-Wert 9. Also das Pardon quasi. Und die haben noch einen pH-Neutralen. Den gibt es aber schon länger. So, das sind die neuen 5 Sachen aus der Chemie-Reihe. Dann nicht neu, aber bei uns im Shop neu. Rim and Dust Cleaner. Das ist der Felgenreiniger. Das ist ein pH-neutraler Felgenreiniger mit einem Farbindikator. Und der ist säurefrei. Das steht hier bei pH-neutral und säurefrei. Und da regen sich einige auf. Wieso schreiben die alle säurefrei, wenn da schon steht pH-neutral? Das schreiben die wegen Kunden. Weil nicht alle Kunden wissen, was eine pH-neutral heißt. Die suchen dann einfach, ich suche jetzt einen Felgenreiniger, der keine Säure drin hat. Und dann sehen die säurefrei und dann wollen die den haben. Deswegen schreibt man das hier doppelt und dreifach. Und die anderen suchen halt pH-neutral und wissen nicht, was säurefrei heißt. So, säurefrei kann aber übrigens heißen, es ist alkalisch. Von daher, passt schon. pH-neutral und säurefrei. Also mit einem Farbindikator in 750ml. Natürlich mit einem Sprühkopf, den habe ich jetzt vergessen. Aber das haben wir auch im Shop neu bekommen. Da gab es aber schon länger. So, Freunde, jetzt seid ihr voll informiert über die neuesten Sachen. Ich hoffe, ich habe das Video entspannt angeguckt und habe es genossen. Und ich freue mich auf die nächsten Videos. Abonniert unseren Kanal, das ist kostenlos. Einfach abonnieren klicken und dann verfolgt uns so weiter. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.